Überlebe Sturmphasen, während du eine mindestens legendäre Waffe trägst. Also ich würde euch empfehlen, hier beim Flüsterteich zu landen. Dort findet ihr den Agent Charlie. Bei ihm könnt ihr die Schattentat kaufen. Das wäre eine exotische Waffe. Also jetzt müsst ihr einfach nur noch abwarten, bis ihr da 5 Sturmphasen überlebt habt. Dann habt ihr die Aufgabe erledigt. Wenn ihr die Karte öffnet, seht ihr hier auf der linken Seite, in welcher Sturmphase ihr euch befindet. Vielen Dank.